Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Vertraut Niemanden und für diesen müssen wir vollzitt den Fürsten im Schrein des Sturms auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, während alle Gruppenmitglieder von wahnsinnserweckenden Träumen betroffen sind. Und diese wahnsinnserweckende Träume, die kriegen wir vor dem Endboss. Und zwar habt ihr gerade schon gesehen, man darf nicht nach oben schwimmen, sondern nach unten, aber nicht zu weit nach unten. Wenn ihr zu weit nach unten schwimmt, dann sterbt ihr instant, wie ich das beim ersten Mal hier gerade erlebt habe. Sondern ihr müsst zu weit schwimmen, bis es wieder wird. Und dann dürft ihr nicht weiter runterschwimmen, sondern ihr müsst hier so eine Kugel aufsammeln. Und wenn ihr eine Kugel aufsammelt, dann kriegt ihr einen Debuff. Und das sind diese komischen Träume, die im Achievement erwähnt wurden. Und hier ist es jetzt so, ihr seht, dass meine Gruppenmitglieder mir als feindlich angezeigt werden. Die sind nicht die ganze Zeit feindlich. Die sind die meiste Zeit feindlich und dann sind sie für ein paar Sekunden hier wieder freundlich, wie ihr seht. Und das hält, ja, weiß ich nicht, vier, fünf Sekunden vielleicht maximal. Und jetzt sind sie wieder feindlich. Also sprich, ich kann meine Verbündeten wegdamagen und meine Verbündeten können auch mich wegdamagen. Ihr seht das ja, einer hat hier auch gerade Hauen drauf. So, jetzt spielen wir den Bosskampf hier mit diesem Debuff. Und das ist ein bisschen tricky, weil der Heiler auch die Verbündeten nicht heilen kann. Und vor allem, wenn ihr viele Millis habt, wir haben hier zwei Millis, ist es ein bisschen ätzend, weil ihr euch gegenseitig wegklieft. Und selbst wenn ihr nur wenig Damage auf euch macht, der Heiler kann die auch nicht heilen. Nur in dem kleinen Zeitfenster. Ich glaube, du bist 20, 25 Sekunden immer übernommen, oder nicht übernommen, aber halt, dass du den Feind eingreifen kannst. Oder die Verbündeten angreifen kannst, so rum. Und dann wieder 5 Sekunden, wo du heilen kannst. Also das ist ein bisschen tricky. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Heißt, man muss jeglichen Schaden wirklich vermeiden, den man vermeiden kann. Und vor allem hier in dieser Zwischenphase muss wirklich jeder Kick bei den DDS oben sitzen. Und der Tank sollte am besten auch, so wie ich das jetzt hier gerade vorbildlich mache, den Mob kiten, sodass er keinen Schaden kriegt. Man kann das machen, dass man hitten kann und kein Damage kriegt. Dauert zwar ein bisschen länger, weil die normalen Medihits dann meistens nicht durchgehen. Und ja, wenn wir hier wieder in der normalen Phase sind, haben wir uns dazu entschieden, dass wir hier versuchen, möglichst durchzuprügeln. Denn du willst nicht noch eine zweite Zwischenphase spielen, denn die ist schon relativ knackig. Alleine deswegen, weil, ja, wenn ein Cast durchkommt, ist es quasi schon vorbei von den Ads. Weil man das einfach, ja, man kann es nicht gegenhalten, weil man die Spieler definitiv nicht heilen kann. Vor allem solltet ihr vielleicht eine Gruppelkonstellation wählen mit nicht unbedingt zwei Millis, weil man es sich dann schon ein bisschen schwieriger tut. Auch die Rangers können dann keiner eh reinhauen. Und viele Casts sind ja eh und da tut man sich einfach ein bisschen schwieriger. Ihr seht, die Leute droppen hier jetzt schon ganz gut runter. Jetzt ist gerade wieder die Situation, wo man heilen kann. Also ein bisschen muss man aufpassen. Ich glaube, wir haben es hier auf den First Try geschafft. Es ist aber schon ein bisschen kniffliger, den Fightland zu spielen. Vor allem, wenn man viele AE-Klassen dabei hat, die diesen Passiv-Kleave haben. Und ja, jetzt hier am Ende haben sich die Leute noch dazu entschieden, komm, lass doch den Täler unboxen. Und, naja, was soll ich sagen? Ich war unvorbereitet. Gut, das soll es gewesen sein mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, dann würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Taylor, bis zum nächsten Mal. Ciao.